Ja, also wenn man von einem E-Bike spricht, dann ist es immer ganz wichtig, welcher E-Antrieb wir denn da verwendet. Und wir haben uns für den Bosch Antrieb entschieden. Bosch ist ein deutscher Hersteller. Er kümmert sich auch um die Ersatzteilversorgung, also zum Beispiel um den Akku, der ja, das ist so einfach bei einem E-Bike, alle fünf bis sechs Jahre erneuert wird. Ist Bosch derjenige, der dafür garantiert, dass es sehr, sehr lange, über viele Jahre, Jahrzehnte gar lieferbar ist. Jetzt, Bosch macht natürlich sehr viele Antriebe. Und wenn Sie in einem ganz normalen Fahrradlader sind, dann werde ich Sie selten so ein E-Bike sehen mit so einem starken Motor. Das ist der stärkste überhaupt. Performance-Liene CX nennt er sich. Er wurde eigentlich konstruiert für Mountainbikes, für härtesten Wettkampfeinsatz. Und wir haben uns überlegt, genau das ist es eigentlich, was wir wollen, um ein nachhaltiges Produkt anzubieten. Denn der Motor ist im Grunde genommen unverwüschlich. Also wir gehen davor aus, Sie werden keine Wettkampfeinsätze fahren, nicht im Gelände. Sie werden nicht Bäche durch und Flüsse durchqueren, sondern Sie werden vielleicht ganz normal fahren, auf der Straße oder durch den Wald. Dieser Motor hat so viel Leistungsreserve, der hat ein Metallgetriebe innen drin, verstärkte Lager ist gedichtet. Also sagen wir mal, wir geben dem 100.000 Kilometer und mehr Lebenserwartung diesen Motor. So, ist einmal gut. Was er noch hat, es ist der stärkste der Bosch Aggregate. Man spricht von Newtonmetern, das ist ein Drehmoment. Und die schwachen oder die Einstiegsmotoren oder die günstigen, die haben so etwa zwischen 30, 40, 50 Newtonmeter. Dann gibt es noch einen Performance, der hat 65, das reicht uns alles nicht. Wir wollen 85, volle Leistung. Warum? Dieses E-Bike ist gebaut für Deutschland. Und wir haben in Deutschland Mittelgebirge, wir haben Alpen. Wir haben schwere Personen, wir haben das vielleicht im Anhängerbetrieb, dass sie da mit ihren Kindern, mit dem Anhänger dann durch die Gegend ziehen. Zu einem starken Motor gehört natürlich auch ein starker Akku. Denn so ein Motor, wenn man da einen Berg hochfährt und drückt auch volle dann braucht er natürlich auch viel Strom. Und der muss ja aus dem Tank kommen, hier aus dem Akku. Wir haben uns entschieden, bei unserem Sondermodell Sport, dass wir hier einen klassischen Rahmenakku verwenden mit 500 Wattstunden. Das möchte Sie sicherlich wissen, wie weit ist die Reichweite. Also, sagen wir mal so, irgendwo zwischen 60 und 70 Kilometer macht man damit gut. Ich habe viele, viele große, mehrtägige Touren gemacht mit diesem Akkusystem. Warum? Das ist sehr populär, da gibt es genügend Akkus auf dem Markt, gebraucht oder wie auch immer, oder Sie kaufen es neu. Kann man locker in die Packtasche hier reingeben, so oder unter rein. Der ist sehr leicht, der Akku, der leichteste. Also, ich finde das Ding fantastisch. Man kann auch einfach so nehmen und mitnehmen irgendwie zum Aufladen. Ein Produkt, das sehr handlich ist, leicht und vor allen Dingen flexibel. Also, Sie müssen da nicht groß umständlich irgendwelche Dinge ausbauen, sondern rucki zucki haben Sie den weggemacht. Zum Beispiel auch, wenn Sie Ihr Tauberrad mit auf einem Heckträger nehmen. Zack, ist er weg. So, ich mache ihn gerade wieder ran. Klack, und schon ist er drin. Dann, Sie brauchen ja auch noch ein Display. Das ist unser Intufia Display. Und zwar, das ist das einfachste, genialste Bedienungselement, das Boschee gemacht hat. Mittlerweile machen die sehr viele mit alle möglichen Funktionen drin, die man in der Praxis eigentlich nicht braucht. Für Leute, die für alles mögliche interessiert sind. Ja, die können dann vielleicht mit dem Kiox oder Neon Display, so heißen die Dinger, dann was anfangen. Also, für den Alltag oder für meinen Gebrauch, so wie ich das bisher gemacht habe auf Radtouren, sind die wichtigsten Funktionen drauf. Die Reichweite wird sehr gut berechnet, wie viel Reichweite habe ich noch. Spannend für unterwegs. Tageskilometer, Gesamtkilometer, Uhrzeit, Fahrzeit, solche Dinge. Ja, also, sehr praktisch, sehr handlich. Geht nie kaputt, steckt man einfach da vorne drauf, zack. Irgendwann in vielen Jahren ist dann einmal die Batterie leer von dem Display und dann kauft man sich ein neues. So, was noch bemerkenswert ist, ist das Ladegerät. Ladegerät, das ist praktisch die Tankstelle. Da macht auch Bosch unterschiedliche. Passen Sie auf, wenn Sie sich mal informieren, oft werden die schwachen Ladegeräte in der Standardversion mit Angebote. Schwach bedeutet, es hat einen Ladestrom von 2 Ampere. Würde bedeuten, bei einem 15 Ampere Akku, 15 durch 2, dann tut es etwa 6, 7 Stunden laden, 8 Stunden. Mit unserem 4 Ampere Ladegerät sind Sie deutlich schneller dabei, 3,5 bis 4 Stunden. Und unterwegs, wenn Sie eine Tour machen und Sie kehren ein, wenn wir das wieder können in der Gastronomie, dann laden Sie einfach nach und innerhalb von einer Stunde haben Sie etwa 20 bis 25 Kilometer mehr Reichweite. Also was normal ein großer Akku ausmacht, machen Sie einfach mit einem, man kann schon fast so ein Schnellladegerät. Damit Sie sehen, wie praktisch unser Ladegerät auch im Alltag verwendet wird, zeige ich es Ihnen hier. Und zwar, man nimmt einfach hier die Gummikappe ab und steckt das Ladegerät, zack, hier so rein und schon lädt es auf. Also man muss den Akku gar nicht wegnehmen. Habe ich Sie aber trotzdem den Schlüssel in die Tasche, stecke ich es einfach rein, nehme dann daneben den Akku raus, jawohl, und packe es hier rein. Und schon lädt es auf. Also eines der flexibelsten und praktischsten Systeme zum Aufladen, die es gibt. Das war es jetzt mal zum Antrieb, die wichtigsten Dinge. Und jetzt zeige ich Ihnen die Schaltung. war ich das? Ich sehe Sie, die M knitting-AbtR deber er sich gut. Ich leur spreche nach позволiniern. Ich lege meine wieder.